Erinnerst du dich an Kiwi und seine Zahlenfolge? Diese Zahlenfolge wollen wir jetzt ab sofort auch benutzen, um etwas Neues daraus zu machen. Wenn wir nämlich darum eine geschweifte Klammer setzen, ein paar Pünktchen hinzufügen, das ganze Ding auch noch benennen, zum Beispiel mit dem Buchstaben K, dann nennt man das Ganze Zahlenmenge und das wollen wir in diesem Video kennenlernen. Diese Mengen, die du jetzt kennenlernen wirst, gibt es in der Wissenschaft schon länger. Zum Beispiel die Menge der geraden Zahlen. Sie beinhaltet alle möglichen geraden Zahlen und damit man kennzeichnet, dass diese Menge nie aufhört, macht man solche drei Pünktchen dazu. Natürlich weiß man, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, dass die nächste Zahl 14, 16, 18 und so weiter ist. Es gibt auch die Menge der ungeraden Zahlen und da du dich noch erinnern kannst, hoffentlich gab es ja auch noch mal die Menge der natürlichen Zahlen und das schaut jetzt ab sofort so aus. Da schreibt man ein großes N mit einem Doppelstrich in der Mitte und das sind alle möglichen Zahlen, die man zum Zählen verwendet. Wenn man aber auch noch die Null mit dabei haben möchte, dann schreibt man noch ein tiefer gestelltes Null neben das N dran und dann haben wir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. Die Menge der ungeraden Zahlen interessiert mich jetzt ein bisschen genauer. Wenn ich mir solche Zahlen innen drinnen anschaue, dann werden sie getrennt durch so einen Strichpunkt. Warum man kein Komma verwendet, ist ganz klar. Später kommen nämlich noch Kommazahlen dazu und dann weiß man nicht so genau, ist jetzt das Komma eine Trennung oder ist das Komma ein Komma zur Zahl und deswegen macht man von vornherein einen Strichpunkt. Bitte gewöhne dir an, immer Strichpunkte zu zeichnen und keine Kommas. Noch etwas, eine Zahl, die da drinnen steht, zum Beispiel 3 und 7 und so weiter, nennt man übrigens Element. Es gibt für Element sogar ein Symbol, das schaut so aus. Schaut irgendwie ein bisschen aus wie so ein Eurozeichen, nur mit einem Strich in der Mitte. Und jetzt kann man Entscheidungen treffen, ob eine Zahl Element oder Nicht-Element einer Menge ist. Ich nehme ein Beispiel, 5. Ich sehe, 5 ist tatsächlich ein Element der Menge u und deswegen schreibe ich, 5 ist Element von u. Ich kann sogar Entscheidungen treffen, ob etwas ein Element ist oder nicht, selbst wenn ich die Zahl nicht sehe, zum Beispiel die Zahl 15. Da sie mit 11, 13, 15 weitergehen würde, wäre die 15 auf jeden Fall auch eine Zahl in der Menge der ungeraden Zahlen. Und deswegen schreibe ich, 15 ist auch ein Element von u. Ich kann auch entscheiden, ob eine Zahl kein Element von einer Menge ist. In dem Fall würde zum Beispiel 4 zwischen der 3 und der 5 liegen, aber 4 ist ja gar nicht da. Da 4 nicht in der Menge enthalten ist, schreibt man ein Element von u und streicht dieses Element wieder durch. Hier steht geschrieben, 4 ist kein Element von u. Und das solltest du jetzt wissen. Eine Zahlenfolge kann man in einer Menge zusammenfassen. Mengen haben einen Namen, sie haben geschweifte Klammern und sie werden mit Strichpunkten getrennt. So eine Zahl aus einer Menge nennt man Element. Und man kann entscheiden, ob etwas ein Element ist, dann schreibt man dieses Elementsymbol oder es ist kein Element, dann streicht man das Elementsymbol durch, so wie hier.